ACW Riptide 2019 ist Geschichte Doch niemand wird diese blutigen Szenen am Ende des Kampfes vergessen Ganz besonders ich nicht, Itboy Denn diese Narbe will mich jeden Tag daran erinnern Welche feige Mittel du bereit warst einzusetzen, nur um deinen Titel zu behalten Leider hat die ACW für Universe Brawl am 6. April nur ein 6x Tag Team Match angesetzt So dass du dich jederzeit, wenn es irgendwie brenzlig wird, hinter deinen Partnern verstecken kannst Das ist dein Stil, nicht wahr? Das einzige was du kannst, weglaufen, wenn es schwierig wird Aber einseitig gewiss, Itboy Am 6. April bei Universe Brawl nehme ich mir dich ganz persönlich vor Ja, mitten im Ring werde ich dich besiegen, ganz klar Eins, zwei, drei Und verdiene mir erneut eine Chance auf den ACW Wrestling Challenge Champion Titel Trust the Cobra King Schuss Untertitelung des ZDF, 2020